Musik 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 Wie ich bin? Ich bin der Franz Klafer. Und ich bin Sozialarbeiter und ich bin Leiter von der JUPI in Windberg. Dankeschön. Ich bin Simon, bin 25 Jahre alt, komme aus Regensburg und studiere Katholische Theologie. Ich bin Johanna, ich bin 23 Jahre alt, studiere Soziale Arbeit. Ich bin 18 Jahre alt und habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und mache jetzt gerade mein FLJ hier in Windberg. Ich bin die Theresia und ich bin 25 Jahre alt. Hallo, ich bin Christina, ich bin 23 Jahre alt und studiere momentan den Master Religion und Bildung. Hallo, mein Name ist Elena, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere in Benediktbeuern Religionspädagogik. Ich bin Judith, ich bin 22 Jahre alt, studiere Soziale Arbeit in Regensburg und ich liebe es mit Freunden was zu unternehmen, draußen in der Natur zu sein, Sport zu treiben oder Musik zu machen. Ich bin Tima, weil ich für mein Leben gerne Workshops halte. Mir macht diese Kreativität und diese Spontanität, die ich da ausleben kann, einfach total Spaß. Das ist einfach total meins. Mir das einfach richtig viel Spaß macht, mit jungen Menschen über spannende gesellschaftliche Themen zu reden oder auch Themen, die sich persönlich beschäftigen, ja. Ich bin Tima, weil mir einfach die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr, sehr viel Spaß bereitet und ich das einfach toll finde, weil jedes Mal, wenn man nach Wimperr kommt und TDOs oder Firmingswochenenden teamt, einfach immer neue Menschen kennenlernt und sie einfach ganz neu ausprobieren kann. Letztendlich arbeite ich aber total gerne mit Jugendlichen zusammen und habe einfach eine entspannte Zeit gehabt mit Jugendlichen. Mir macht es einfach Spaß, mit Jugendlichen zu arbeiten und gerade bei den Tagen der Orientierung ein paar kleine Wegbegleiter von jungen Menschensau zum Dörfer. Kann ich gar nicht sagen. Denn es hat sehr, sehr viele schöne Erregnisse gegeben. Besonders gut gefahren mir eigentlich immer so die Abendmeditationen in der Oase der Stille oder auch in der Kirche, weil man da einfach die Kinder nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen kann. Reicht von spontanen Gesangseinlagen bis hin zu Tanzeinlagen oder gemeinsamen Spieleabenden, wo man miteinander Gaudi hat. Bei Vor-Ort-Seminaren werden die gleichen Themen und Ziele vermittelt wie bei den normalen Präsenzseminaren in Windberg. Wir kommen da mit unseren Materialien zu euch in eure Klasse und können da Themen behandeln, die gerade in diesen Zeiten einfach unter den Tisch fallen und die euch interessieren. Und somit bekommen auch die Schüler die Chance, mal etwas anderes zu erleben, was genau in dieser Zeit so wichtig ist, wo so vieles einfach nicht stattfinden kann und leider ausfallen muss. Bei Online-Seminaren ist es so, dass auch Schulen und Klassen, die sich im Distanzunterricht befinden, daran teilnehmen können und es einfach eine Abwechslung ist zum normalen Online-Unterricht. Man kann gemeinsam etwas erleben, ohne sich Gedanken zu Abstand, Maske oder möglicher Erkrankung machen. Wir versuchen mit euch kreativ und ohne lange Sitzen vor dem Bildschirm Themen zu behandeln, die euch interessieren und einfach mal euch Zeit zu geben für euch und für Gedanken, die euch gerade umgänge, einfach mal zu diskutieren und kreativ an Themen heranzugehen. Musik 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 Vielen Dank.